Herzlich willkommen zum neuen YouTube Video. Mein Name ist Johannes Ungerer und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich sitze heute nachts in einer Busreitestelle, weil hier einfach die beste Beleuchtung ist und gleichzeitig der Wind nicht so stark. Ich weiß selbst noch gar nicht genau, warum ich das Video aufnehme. Aber vielleicht kennst du das, wenn du spürst, du möchtest etwas ansprechen und während du anfängst darüber zu sprechen, weißt du noch gar nicht genau, was du sagen willst. Aber du spürst, da will was raus und da will was geboren werden. Und so fühle ich mich gerade, dass ich etwas Neues beginnen möchte und etwas Neues in die Welt bringen möchte. Und welchen besseren Ort gibt es dafür als mein Online-Tagebuch, mein YouTube-Kanal? Und was möchte ich da in die Welt bringen? Was mir als erstes kommt, ist das Wort Männergemeinschaft. Ich möchte eine Gemeinschaft kreieren für bewusste Männer oder die, die bewusster im Umgang mit sich selbst und dem Leben werden möchten. Also völlig egal, an welchem Punkt du, ich, wir stehen. Wenn du ein Mann bist und dich danach sehnst, dich mit anderen Männern auszutauschen auf Augenhöhe, urteilsfrei, dann ist das für dich. Ja, es ist wie eine spirituelle Gemeinschaft. Männer, die tiefer blicken möchten, die über den Alltagstellerrand hinausschauen möchten. Und es ist völlig egal, ob du Unternehmer bist oder ob du Erzieher bist im Kindergarten oder ob du Post austrägst oder ob du Hartz IV empfängst oder, 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 oder. Wenn du ein Mann bist, dann kannst du gerne dabei sein. Und ich weiß selbst noch gar nicht genau wobei, aber ich spüre einfach, da möchte jetzt etwas entstehen. Und wie machen wir das? Wie organisieren wir uns? Ich mache einfach mal eine Gruppe in Telegram auf. Und wenn du dich angesprochen fühlst davon, dann komm einfach gerne mal da rein. Und wir sehen einfach mal, wo uns die gemeinsame Reise hinführt. Ich würde mich sehr freuen. Du bist ganz herzlich eingeladen. Ich freue mich auf jeden Einzelnen, der dazukommt. Bis dahin, alles Liebe, dein Johannes.